Spielst du jede Runde selbe, kommt oder kommt es auf die Startchips dann? Ja Bruder, also ich bin tatsächlich so, ich forste überhaupt nichts. Also ich fange einfach an zu spielen, ich gucke was für Items ich kriege und dann versuche ich es in meinem Kopf schon so zusammenzustellen. Also die Champs, die ich am Anfang kriege, die sind relativ egal. Wichtig sind die Items. Natürlich ist es geil, wenn du keine Ahnung, also es gibt kaum One-Cost-Units, die du später irgendwann spielst, deswegen sind die Champs vollkommen egal. Wenn klar ist, wenn du jetzt mal so hier Poppy, Darius, Tristana und Caitlyn und so als Opener kriegst, ist schon naheliegend, dass du dann versuchst Bodyguards und Sniper zu spielen und so, aber an sich ist immer wichtig was du für Items kriegst, also bei mir ist für mich wichtig, was ich für Items kriege und was für einen Orgman ich kriege. Davon mache ich dann immer abhängig, was für eine Kombi spiele und ich spiele immer jede Runde was anderes. Also kann auch sein, dass ich dann mal zwei, drei Runden das gleiche spiele, aber ich spiele halt immer besten Items kannst du so an sich gar nicht sagen. Das ist halt natürlich immer darauf, kommt darauf an, was du was für Kommst du spätst. Aber so von den Items, was richtig gut ist, ist GA ist halt immer gut, Morello ist gut, Morello ist glaube ich so mit, aktuell so mit das stärkste Item. Was völlig unterschätzt wird, was auch immer gut ist, aber auch schwierig zu spielen, ist Seraphs und Shroud, also Crit und Rüstung und Mammelleben. Die zwei Dinger. Wenn du mein ganzes Spiel in der Pflanze jeden kaufst und so und warum du welches Items nimmst, mache ich. Dann mache ich jetzt mal eine Runde. Wie fragst du, ich mache jetzt mal eine Runde für dich, wo ich wirklich jeden Gedanken erzähle, warum ich was mache. Mag ich gerne. Ist auch immer ganz gut für mich, weil dann kann ich, wenn ich dann, wenn man, wenn ich einen Gedanken laut ausspreche, dann höre ich manchmal, was das für ein Quatsch ist. Und beim Denken hört man es.